Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Kerbal Space Program Karrieremodus Tutorial. Wir haben in der letzten Folge drei Missionen auf den Weg zum Minmus gebracht. Das heißt, der Minmus ist jetzt erst mal versorgt. Ich möchte mich in dieser Folge vor allen Dingen um unsere Mannaufträge kümmern. Ich habe aber gerade hier entdeckt, dass wir für den Minmus auch unseren nächsten offiziellen Auftrag von der World First Record Keeping Society haben. Und das trifft sich wie Faust auf Auge. Rendezvous to Vessels in Orbit of Minmus und Dock to Vessels on or around Minmus ist das, was wir sowieso vorhaben, weil wir ja diese drei Minmus Missionen im Minmus Orbit zusammendocken wollen. Also den können wir annehmen, den werden wir ganz automatisch erfüllen. Außerdem gibt es hier noch wieder einen Rettungsauftrag am Kerbal, den wir natürlich immer annehmen, um unser Team zu verstärken. Und dann schauen wir mal in die aktiven Aufträge. Wir haben noch zu erledigen Plant Flag on the Moon und wir haben auch noch zu erledigen Science Data from Surface of the Moon. Und das wollen wir ja sowieso immer tun, damit unser Science Lab in der Moon Station immer gut beschäftigt und ausgelastet ist. Der hier ist wie gesagt sowieso unterwegs. Ach und wir haben Gwenloff noch auf der Moon Station nach der Rettung aus dem äquatorialen Moon Orbit. Und müssen Gwenloff auch noch hier zurück nach Körben bringen. Das heißt, wir müssen auch unser Passagierschiff mal wieder, unsere Fähre mal wieder auf den Weg bringen zum Mann. Das heißt heute im Fokus der Mann. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, wir müssen die Fähre mal wieder auf den Weg bringen. Die hängt ja jetzt hier oben an der Körben Station, nachdem sie die Strecke zum Mann einmal hin und zurück geflogen ist. Wir haben nur ein Problem. Der Treibstoff an der Fähre ist ziemlich zu Ende. Die war ja einigermaßen vollgetankt, als wir sie hochgebracht haben. Wir haben für hin und rück fast den gesamten Tankinhalt verbraucht und das war ziemlich viel Treibstoff. Solange wir jetzt keinen Treibstoff selber herstellen können, müssen wir den Treibstoff immer kostspielig von Körben aus hier hochbringen. Müssen einmal volltanken und wir werden nach einem Hin- und Rückflug mit der Fähre die Tanks wieder leer haben. Das Ganze ist also ziemlich kostspielig auf Dauer und ich möchte mir hier mal mit euch angucken, ob das nicht effizienter geht. Ich löse auch einmal die Fähre hier aus dem Körben Station Stack im VAB raus, damit wir uns ein paar Eckdaten aufschreiben können. Wir haben 18,8 Tonnen Gesamtmasse, Treibstoff und Schiff zusammen. Das ist Wet Mass und das bringt uns 3500 Meter pro Sekunde Delta V etwa, was viel zu viel ist für den Transfer hin und zurück. Für den Roundtrip brauchen wir nur ungefähr 2500 Meter pro Sekunde. Wir haben eine TWR von 1,36, was auch Overkill ist, weil wir ein 250 Kilo Newton Triebwerk da unten dran haben, was alleine 1,75 Tonnen wiegt. Wir haben einen Tankinhalt von 1080 Einheiten Liquid Fuel und 1320 Einheiten Oxidizer, was wir locker verbrannt haben, wenn wir einmal hin und zurück geflogen sind. Und wir schauen jetzt mal, dass wir etwas leichteres bauen. Als Ausgangsbasis eignet sich, glaube ich, unsere Rescue Rocket 3 ganz gut. Die kann drei Körbels transportieren und kann auch unbemann fliegen. Die lade ich jetzt hier einmal. Wir haben hier natürlich Teile dran, die wir für einen Wiedereintritt beim Körben brauchen. Das muss unsere Munfairy nicht leisten. Das wird ja ein reiner Pendelbus zwischen Körben Station und Munn Station. Also nehme ich hier mal alles weg, was wir nicht mehr brauchen. Fallschirme, Hitzeschild und Dekuppler. Ich glaube, wir können die Service Bay auch einplanen, denn unser Command-Port hier hat selber Electric Charge von 50 und auch Monopropellant natürlich. Dann nehme ich die dicke Batterie raus und schmeiße auch die Service Bay weg. Jetzt gucken wir mal einmal, dass wir uns drei Körbels da reinsetzen, damit wir die richtige Masse haben, wenn das Ding voll besetzt ist. Sonst können wir nicht zielgerichtet auf die richtige Delta-V planen und bauen. Der Probe Core kommt jetzt hier unten dran. Wir bauen so eine Art schmales Rückgrat hier hinten rein. Ich mache auch das Vessel-Naming einmal in Ordnung und bringe auch die Autostruts an, damit unsere Teile schön fest miteinander verbunden sind. Wenn ich hier oben einen Namen eingebe, dann ändern sich die anderen übrigens auch automatisch. Hätte ich umgekehrt machen sollen. Naja. Als Tanks für unser Rückgrat nehme ich diese kleinen Oscar Bees hier. Die kriegen natürlich auch Autostruts und ich baue drei davon hier untereinander. Dann haben wir so eine schmale Wespentaille hier und dann baue ich den FLT-Tank und das Triebwerk wieder unten dran. Und um diese Lücke jetzt hier zu füllen, nehmen wir diese Baguette-Tanks, die man außen rum montieren kann. Die muss ich einmal freischalten, wenn KSB mich lässt. Und dann können wir die in achtfacher Symmetrie hier drumherum setzen. Machen wir schön dicht oben ran. Ich nehme das silberne Farbschema, dann fällt das nicht so goldig hier ins Auge. Und ich glaube, dass wir die Solar Panels dann auch nach hier oben setzen sollten. Und dann können wir die untere Konstruktion mit dem FLT-Tank und dem Triebwerk einmal mit dem Move-Tool hier ranrücken. Und dann sieht das Ganze auch ordentlich aus. Jetzt haben wir eigentlich schon fast alles, was wir brauchen. Hier oben fehlt noch ein Docking-Port, den setzen wir da noch drauf. Und uns fehlt noch ein RCS-System, damit wir auch docken können. Das heißt, da kommen wieder diese kleinen RCS-Torster oben in vierfacher Symmetrie ans Schiff und unten auch in vierfacher Symmetrie. Und dann sollten wir eigentlich alles haben. Das wäre unsere fertige neue Mann-Ferry. Jetzt nehme ich die Kerbels mal wieder raus und dann schauen wir uns mal die Werte an. Wir kommen jetzt auf eine Gesamtmasse von fast sechs Tonnen, also etwa ein Drittel von dem, was wir vorher hatten. Wir haben 2653 Meter pro Sekunde Delta V im Schiff mit einer TWR von 1,02, was im luftleeren Raum auch völlig in Ordnung ist. Und darüber hinaus haben wir jetzt Tankvolumina, die auch ganz anders sind als das, was wir vorher hatten. Wir kommen, das müsst ihr mir glauben, auf 293,4 Liquid Fuel und auf 358,6 Oxidizer mit der Tankkonfiguration, die wir im Augenblick hier haben. Unterm Strich sparen wir also zwei Drittel der Masse ein und dadurch über zwei Drittel des Treibstoffs, den wir verbrauchen. Wir können mit der gleichen Menge Treibstoff also dreimal zum Mann und zurückfliegen. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied. Jetzt haben wir also eine schöne neue Mann-Ferry. Und da wir die sowieso vom Kerbin aus launchen müssen, können wir auch noch ein paar Sachen mitnehmen. Zum einen hat unsere Mann-Station aktuell noch keine Möglichkeit, mit einem kleinen Docking-Port anzudocken. Die braucht also auch noch so einen Docking-Port-Adapter, wie wir ihn an der Kerbin-Station im Einsatz haben, von klein auf groß. Den nehmen wir jetzt einfach mit. Und wenn wir das erste Mal an der Mann-Station andocken, dann lassen wir den einfach gleich da. Und ab da können wir dann eben ohne diese zusätzliche Masse zwischen den Welten pendeln. Das Zweite ist, dass uns aufgefallen ist, Sprossenleitern sind immer gut, um die Reaction-Wheel-Ringe zu überbrücken. Ich nehme jetzt hier einfach nochmal eine zweite auf der Außenhaut mit. Wahrscheinlich werden wir die beide verbauen, eine an der Kerbin-Station und eine an der Mann-Station. An der Fähre selber werden wir ja gar keine brauchen, weil das kein Rescue-Schiff mehr ist. Und dann haben wir ja noch die Cargo-Kapazität in unserer Fähre. Da ist alles leer im Augenblick. Wir haben aber neue Wissenschaftsexperimente. Und ich möchte sowohl die Kerbin-Station als auch die Mann-Station mit so einem Magnetometer-Arm ausrüsten. Dann haben wir zusätzliche Science-Daten, die wir erforschen können. Und unser Mann-Lander soll auch so einen Seismometer bekommen. Dann können wir einfach mehr Science auf der Mann-Oberfläche einsammeln. Das ist unsere fertige Rakete. Ein Fairing baue ich jetzt nicht da drum herum. Ich denke, das Ganze ist stromlinienförmig genug, um das durch die Atmosphäre zu kriegen. Aber wir werden es gleich sehen. Bevor wir starten, müssen wir wieder die Kerbin-Station erst mal in die günstige Ausgangsposition hier am Ende der Wüstenhalbinsel bringen. Und dann geht es auch schon los. Der Flug selber ist dann aber ziemlich normal. Trotz unserer etwas eigentümlichen Formen kommen wir gut durch die Atmosphäre. Wir zirkularisieren dann am Kerbin ganz normal und führen unsere Rendezvous-Annäherung durch, bis wir dann schließlich an der Station angekommen sind. Und uns dort andocken. Dann sind als erstes mal unsere Umbaumaßnahmen dran. Wir suchen uns den Engineer-Körbel hier raus. Und transferieren den einmal rüber in das Command-Module von der Mann-Ferry. Weil hier hat er besseren Zugriff auf die Teile. Wir schicken ihn auf EVA. Und dann kann er als allererstes mal die Sprossenleiter hier abnehmen. Wir setzen die mal rüber auf den Docking-Node. Und dann suchen wir uns einen besseren Platz mit Enfrey. Dazu machen wir den Construction-Mode wieder aus. Aktivieren seinen RCS-Pack und setzen ihn mal hier oben dran. Das müsste eigentlich von der Reichweite her auf jeden Fall genügen. Ich gehe wieder in den Construction-Mode, nehme noch einmal die Sprossenleiter und setze sie rüber auf die andere Seite. Wir müssen immer gucken, dass die grün wird. Sonst können wir sie nicht loslassen. Im Moment ist sie rot, da ist sie grün. Und dann können wir mit dem Move-Tool hier auch im Weltraum arbeiten. Und können eben unsere Sprossenleiter so hinsetzen, wie wir das dann haben wollen. Das sieht doch gut aus. Das werden wir gleich ausprobieren, ob die jetzt richtig sitzt. Und indem wir einmal drüber klettern mit Enfrey. Und dann wissen wir auch, ob wir sie richtig platziert haben. Jetzt klettern wir hier ein bisschen nach unten. Das nächste wäre das Magnetometer. Ja, da kommen wir jetzt schon dran. Und das möchte ich hier auf der Rückseite von der Station platzieren. Da sitzt es eigentlich ganz gut, auch an diesem Reaction-Wheel-Ring. Auch hier gehe ich noch mal kurz ins Move-Tool, mache so ein bisschen eine Feinjustierung. Und dann haben wir das. Das waren die beiden Umbauten, die wir hier an der Curbin Station machen wollten. Das heißt, Enfrey kann jetzt zurück auf die andere Seite, die neue Leiter ausprobieren und dann wieder einsteigen. Das sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Rein mit Enfrey. Und das war es dann hier soweit. Wir lassen das Magnetometer-Experiment einmal laufen. Und dann seht ihr hier, kriegen wir schön dicke Science-Punkte, die wir in unserem Labor erforschen können. Da drehen wir uns einmal in die Sonne und dann schauen wir auch mal rein in das Labor, was wir da jetzt aktuell im Speicher haben. Und Tatsache, das steigert unsere Science-Cue hier natürlich deutlich. Und wir kommen jetzt auf über drei Science pro Tag hier an der Curbin Station. Bevor wir jetzt mit unserer neuen Mann-Ferry hier zum Mann durchstarten können, müssen wir sie einmal wieder volltanken. Denn wir haben teilweise den Treibstoff verbraucht, als wir zirkularisiert haben. Ich zeige einmal einen kleinen Trick hier. Wir können hier über das Verbrauchsmenü Oxidizer und Liquid Fuel anklicken. Dadurch werden automatisch alle Tanks ausgewählt, wo diese beiden Rohstoffe drin sind. Das macht es ein bisschen leichter, die richtigen für die Betankung auszuwählen. Die mache ich dann hier sticky. Ich lade den Treibstoff um und dann klicken wir die alle wieder weg. Und dann sind wir vollgetankt. Ein letzter Check noch, wie viel Monopropellent noch da ist. Das ist okay. Unsere Science-Instrumente sind da auch noch drin. Also sind wir fertig zum Abdocken. Beim Abdocken müssen wir natürlich daran denken, den Docking Adapter für die Mann Station mitzunehmen. Also nicht den kleinen Docking Port abdocken, sondern den großen vorne. Und dann können wir auch noch mal nachschauen, wie viel Liquid Fuel und Oxidizer hier drin ist. Die Werte passen zu dem, was ich vorhin auf der Karte hatte. Also das nur noch mal zur Bestätigung. Dann wenden wir uns hier, entfernen uns von der Station und gucken, wie wir zum Mann kommen. Wir wollen unsere Mann Station treffen. Das heißt, wir müssen wieder in den richtigen polaren Orbit am Mann eintreten. Und der muss dazu in einer Linie mit Körben liegen, damit wir keine große Bahnwinkelabweichung haben. Ich richte uns hier einmal in die Normal-Richtung auf, bevor wir warpen, damit wir Strom generieren mit unserer Solarzelle. Dann warpe ich so weit vorwärts, bis der Mann hier neben Körben quasi liegt auf meiner Ansicht. Und dann geht es an die Manöverplanung. Das Manöver wieder am Mannaufgang. 860 Meter pro Sekunde Pro-Rate. Dann haben wir einen Treffpunkt. Und jetzt gucken wir, wie viele Orbits wir noch formen müssen, um das Ganze hier möglichst nah an den richtigen polaren Orbit zu kriegen. Die Bahnwinkelabweichung sollte so klein wie möglich sein. Ich habe hier zwei zur Auswahl. Die sind beide nicht hundertprozentig drauf. Insofern entscheide ich mich dann für den früheren. Dann warpen wir da hin und bringen uns auf Kurs. Möglichst genau treffen. So, und dann war es das. Das nächste, was wir brauchen, ist eine Mid-Course-Korrekturzündung. Die habe ich hier schon mal eingeplant als Manöverknoten, damit ich euch nicht immer dieselben Sachen zeige. Deswegen ist das Ganze hier auch einigermaßen zusammengeschnitten. Ich hoffe, das ist dann eben auch okay für euch. Das Verständnis ist ja immer das Gleiche. Und ich versichere euch, ich habe die Dinge trotzdem alle in der richtigen Reihenfolge hier getan. Da ist nichts gecheatet oder so etwas. 34 Meter pro Sekunde kostet uns diese Korrekturzündung. Aber da kommen wir nicht drum rum. Wir wollen ja in den polaren Orbit. Und wenn wir das erreicht haben, dann können wir uns den nächsten Manöverknoten hier auf diesen Descending Node setzen. Da machen wir die Bahnwinkelkorrektur, wenn wir da sind. Aber das prägen wir jetzt noch nicht aus. Stattdessen setzt man einen Alarm in der Kerbal-Alarm-Clock. Denn das nächste Ereignis hier auf der Liste ist, dass unser Minmus Lander 2 auch noch eine Bahnwinkelkorrektur braucht. Wir warpen hier also feste vorwärts. Solange bis der Alarm anspringt. Und dann können wir hier mit Jump to Ship einmal rüberspringen auf den Minmus Lander 2, der ja als dritter Baustein unserer Minmus Station hier noch unterwegs ist. Und dann fokussieren wir einmal hier auf Minmus. Wir müssen die Flugbahn hier noch runterkriegen auf die äquatoriale Ebene. Deswegen müssen wir also nach Anti-Normal zünden. Wir haben den Manöverknoten nicht groß ausgeprägt. Das mache ich jetzt hier von Hand. Wir gucken, dass wir in die äquatoriale Ebene reinkommen. Da sind wir jetzt ein bisschen drunter. Also wende ich einmal auf Normal zurück. Schiebe ein kleines bisschen hoch, bis wir hier den Mittelpunkt vom Minmus einmal schneiden. Solar Panels sind noch gut ausgerichtet. Das passt soweit. Ein bisschen näher ran müssen wir dann auch an den Minmus. Dazu müssen wir uns Prograde ausrichten. Genau, ein kleines bisschen Schub. 22 Kilometer. Das ist so als erste Näherung schon mal ganz gut. Ich richte wieder auf Normal aus, damit die Solar Panels in die Sonne kommen. Und dann sind wir hier auch durch. Springen wir wieder zurück zu unserer Man-Ferry. Da warten wir jetzt nur noch auf den Eintritt in die Man-SOI. Und dann nähern wir uns hier fünf Minuten an unseren Manöverknoten an. Den haben wir noch nicht ausgeprägt. Wir müssen diese Bahnwinkelkorrektur hier noch einstellen. Das machen wir, dass der Descending Node, den wir hier oben hatten, dann auf 0,0 kommt. Dann fliegen wir das ab. Und dann bemerke ich etwas Furchtbares. Ich habe eine Antenne vergessen. Ja, es gibt zwar noch eine Funkverbindung hier nach Körben, die ist aber sehr schwach. Das ist diese sehr dünne Linie hier. Und die kommt daher, weil unser Command-Pod über eine eingebaute Antenne verfügt, die aber eben nur sehr schwach ist. Bis zum Mann reicht das so gerade. Das heißt, dieser Fehler wirkt sich jetzt nicht unmittelbar aus. Aber tatsächlich ist keine Antenne zu sehen. Ich habe keine reingebaut. Ja, das ist schade. Aber dank KSP 1.11 können wir die ja per EVA Construction Mode jederzeit nachrüsten. Wenn wir dann eine dran haben wollen, müssen wir beim nächsten Mal vom Körben mit hochbringen. Dann plane ich jetzt mal das Manöver zum Eintritt in den Mann-Orbit hier mit einer Retrograde-Zündung. Und zwar so, dass wir gleich ein Rendezvous bekommen mit unserer Mann-Station. Das liegt jetzt natürlich schon sehr nah an dem Funkschatten und aufgrund unserer schwachen Funkverbindung haben wir da jetzt echt Glück, dass wir das noch abgeflogen kriegen, hier das Manöver. So, weil das passt. Eine Annäherung, letzte, mache ich dann wieder von Hand. Gehe ich sogar mit ein bisschen RCS-Schub vorwärts-rückwärts, um zu gucken, wo das jetzt optimal ist. Hier unten haben wir noch eine kleine Bahnwinkel-Korrektur zu machen. Da gibt es noch eine minimale Abweichung, die möchte ich dann auch korrigiert haben. Da kommen wir noch ein bisschen näher dran an unsere Annäherungspunkte. Und dann bewegen wir uns mal hier zum Nordpol des Mann und fliegen unser Rendezvous. Ich docke uns jetzt hier auf der Vorderseite der sogenannten von unserer Mann-Station. Das ist also da, wo die Leitern sind. Da packe ich jetzt unsere Mann-Ferry zusammen mit diesem Docking-Port-Adapter dran, so dass wir die Ferry dann eigentlich immer hier vorne andocken können. Dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Zugang auch zum Rest der Station über die Leitern. Dann habe ich die Station einmal gewendet und in die Sonne gedreht. Und jetzt können wir unseren Engineer Bill hier auf EVA schicken, damit der mal die nächsten Arbeiten an der Station ausführt und die neuen Teile anbringt, die wir hier mitgebracht haben. Das Magnetometer soll ja an der Station montiert werden. Am besten hier auch auf der Rückseite an diesem Reaction-Wheel-Ring. Da ist es nicht im Weg und ist trotzdem da ganz gut in Griffweite. Die Leiter wollten wir montieren, aber da kommen wir im Augenblick nicht dran. Da müssen wir Bill hier ganz nach oben klettern lassen. Dann ist sie in Reichweite und trotzdem kriegt er sie dann hier unten auch noch in Reichweite an diesen Reaction-Wheel-Ring montiert. Leider kann er nicht klettern. Jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir den Punkt finden, wo es grün wird. So, und dann können wir auch hier wieder mit dem Move-Tool dafür sorgen, dass die ein bisschen versenkt wird in den Reaction-Wheel-Ring, sodass die Leitersprossen dann durchgängig auf einer Ebene sind. Das sieht doch gut aus. Und das Letzte, was wir montieren wollen, ist dieses Seismometer. Da müssen wir gucken, dass wir das an den Lander dran kriegen, denn das funktioniert nur auf der Oberfläche. Seine Reichweite reicht jetzt nicht ganz bis nach unten zu den anderen Instrumenten. Das heißt, wir werden ihn einmal hier loslassen, nachdem wir den EVA Construction Mode gestoppt haben. Dann muss er da einmal hochfliegen. Und wenn er hier in der Nähe ist, dann lassen wir ihn lieber gleich anfassen, dann ist er in Sicherheit. Einmal an die Luke, da sind ja Leitersprossen dran. Dann können wir den EVA Construction Mode wieder aufmachen und können dieses Seismometer hier unten an den Lander montieren, zwischen dem Thermometer und dem Barometer. Super. Damit sind die Arbeiten abgeschlossen. Gwen Law sitzt hier übrigens noch drinnen im Lander. Die können wir jetzt mal rüber transferieren, gleich in die Ferry, dann vergessen wir das nicht. Und der gute Bill checkt jetzt einmal, ob vielleicht da noch sicher Wissenschaftsdaten drin waren. Das sind sie aber nicht. Also wenn wir dann Science mit zurücknehmen wollen nach Körbin, dann sollten wir die jetzt auch in die Ferry umladen. Jetzt führen wir einmal das Magnetometer-Experiment hier aus. Ihr seht, das gibt richtig Satzzeilen. 760 Punkte, wenn wir das im Labor erforschen lassen. Wir können das aber nicht ins Labor übertragen, weil da die Queue voll ist. Deswegen muss der gute Bill jetzt leider nochmal aussteigen. Ich transferiere ihn hier einmal in das Hitchhiker-Modul. Und wir kriegen ihn auch durch keine andere Tür hier auf die Rückseite. Also geht der Weg nur außen rum. Eine EVA. Einmal außen rum fliegen und die Daten aus dem Magnetometer entnehmen. Der Button heißt hier Download Data und dann fährt auch der Arm wieder ein. Und Bill nimmt diesen Schatz und packt ihn gleich in die Mun-Ferry, damit wir einmal diese vielen Science-Punkte zurück transportieren können nach Körbin. Und dann lassen wir ihn kurz hier hängen. Schalten einmal um auf die Mun-Station und führen das Magnetometer-Experiment noch einmal auf. Auch hier behalten wir den Bericht. Schicken Bill nochmal rüber. Um die Daten wieder zu entnehmen. Ja komm, die Leiter ist in der Nähe. Dann lassen wir ihn da anfassen. Download Data. Ich komme auch von hier aus jetzt nicht in das Labor rein, aber ich kann den Bericht gleich hier abspeichern. Dann ist er zumindest da schon mal drin. Und wenn wir das nächste Mal Platz haben in der Science-Cue im Labor, dann schieben wir ihn eben auch in die Warteschlange, dass er erforscht wird. 760 Science-Punkte, das ist schon ein Wort. Bill steigt dann hier oben ins Labor wieder ein. Wir können ihn ja intern transferieren. Das machen wir dann jetzt auch. Und dann ist er wieder in seiner Heimat, dem Hitchhiker-Modul hier unten. Das nächste, was wir machen müssen, ist, wir müssen den Lander vorbereiten für die Mann-Landung. Ich zentriere einmal die Kammer darauf. Mir ist aufgefallen, dass hier die oberen Tanks komplett voll sind. Und zwar deshalb, weil wir die gesperrt hatten. Während unserer Grenloff-Rettung ist also der Treibstoff nicht aus diesen Tanks genommen worden. Das heißt, wir hätten noch viel mehr Delta-V gehabt. Haben wir nicht genutzt, haben unnützes Gewicht mit uns rumgeschleppt. Nun gut. Die Mann-Ferry müssen wir noch betanken. Wobei ich glaube, das könnte sogar reichen. Wir nehmen den Docking-Adapter ja nicht mit. Und ich meine, wir hatten noch genug Rest-Delta-V sogar mit dem Docking-Adapter. Sodass jetzt Grenloff rein und Docking-Adapter raus das ausreichen müsste. Wir schauen das einmal nach. Wie mache ich das immer? Ich führe einen Quick-Safe aus mit F5. Dann löse ich kurz diesen Docking-Port, schalte einmal um auf die Fähre und dann sehen wir, wir haben hier 1332 Meter pro Sekunde in der Fähre, wenn Grenloff drin sitzt. Das wird uns also ausreichen für den Weg zurück zum Körben und dann kann ich mit F9 den alten Spielstand wieder laden. Und dann ist alles wie vorher. So habe ich wenigstens mal zwischendurch die Möglichkeit zu checken, wie viel Delta-V in so einem angedockten Schiff gerade steckt. Eins müssen wir noch erledigen. Wir haben für unseren Minmus-Lander 2 vorhin keinen neuen Alarm gesetzt. Damit wir den Moment nicht verpassen, wo der am Minmus in der richtigen Position ist, um in einen Orbit einzuschwenken, sollten wir das auf jeden Fall noch nachholen. Dann müssen wir einmal Focus View auf Minmus machen hier. Einen Manöverknoten leer einfach hinsetzen, da wo wir das Manöver machen werden und dann die Alarmglock setzen. Ich gebe mal 5 Minuten Vorlauf, dann haben wir genügend Zeit, den Manöverknoten auch noch auszuprägen, wenn wir da sind. So, ein kurzer Blick auf die Uhr sagt mir, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Das ist anders, als ich es gedacht hatte. Ich wollte eigentlich die Mann-Landung, die Rückkehr zur Station und auch die Rückkehr von Gwenloff nach Körbin noch in dieser Folge zeigen. Das klappt jetzt nicht mehr. Diese ganze EVA-Construction hat ziemlich viel Zeit gefressen, aber ich denke, das war es wert. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann klickt doch bitte unten auf den Daumen hoch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Fliegt vorsichtig, bis zum nächsten Mal.